Hallo, schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von DORX TV mit mir, der Melanie, und heute mit freundlicher Unterstützung von Dexter. Heute geht es um das Thema, wie bringe ich meinem Welpen bei, allein zu Hause zu bleiben. Für deinen Welpen ist das ja erstmal ein sehr unnatürliches Verhalten, weil im Hunderudel ist man eigentlich nie alleine. Und dieses menschliche Konzept, dass man auch mal alleine klarkommen muss, das musst du deinem Welpen erstmal in kleinen Schritten beibringen, damit er dann auch bei deiner Abwesenheit einfach entspannt sein kann. Wie du das machst, das zeige ich dir natürlich heute. Und dann bekommst du auch noch einen zusätzlichen Tipp, wie sich dein Welpe wünschen wird, dass du endlich abhaust. Also sei gespannt, drück noch schnell den Abo-Knopf und dann können wir direkt loslegen. Wie viel Zeit solltest du denn so für das Alleinsein-Training einplanen? Wie viel Zeit solltest du denn das Alleinsein-Training einplanen? Also erstmal ist es von Welpe zu Welpe natürlich unterschiedlich. Der eine lernt das Alleinebleiben schneller als der andere. Manchmal spielt da auch so ein bisschen mit rein, wenn du einen Welpen hast, der eher eigenständig ist und gar nicht so großen Wert auf menschlichen Kontakt legt und auch ganz gerne mal alleine für sich ist, dann hast du es natürlich ein bisschen einfacher, als wenn du einen Welpen machst, der sehr, sehr, sehr menschenbezogen ist. Bei dem könnte es dann sein, dass es ein bisschen länger dauert. Also wichtig ist immer, bevor der Welpe einzieht, dass du dir auf jeden Fall Urlaub nimmst. Zwei Wochen Minimum, besser drei Wochen, damit du auch wirklich dir die Zeit nehmen kannst, dass dein Welpe sich bei dir eingewöhnen kann. Also die ersten drei bis vier Tage würde ich den erstmal ankommen lassen, dass er sich mit dir und seiner neuen Umgebung einfach erst mal vertraut macht. Und dann fängst du schon direkt an, kleine Trennungsphasen einzubauen. Das ist ganz wichtig, denn viele machen den Fehler, dass sie im Urlaub gar nicht so richtig das Alleinebleiben üben, weil sie denken, ach, jetzt habe ich ja Urlaub, jetzt habe ich die Zeit, kann mich um den Welpen kümmern, jetzt verbringe ich so viel Zeit wie möglich mit ihm, denn bald muss ich wieder arbeiten und dann kann ich das nicht mehr. Und für den Welpen ist das natürlich dann richtig, richtig doof, weil er gelernt hat, von Anfang an, er verbringt ganz viel Zeit mit dir und plötzlich haust du ab zu arbeiten und er steht da und denkt sich, ach, du scheiße, was ist denn jetzt los, da komme ich jetzt gar nicht mit klar. Deswegen denk dran, dass du den Urlaub wirklich nutzt, wie du das genau aufholst, das sage ich dir gleich natürlich noch. Und wenn du merkst, Mist, Urlaub ist jetzt vorbei, alleine bleiben klappt aber noch nicht so lange, wie ich das brauche, dann überleg dir auch direkt schon noch einen Plan B, vielleicht Unterstützung von irgendwen aus deiner Familie oder einem Freund oder Freundin von dir, die sich mit um deinen Welpen kümmern können oder vielleicht ein Gassigeher, dass du einfach diese Zeit überbrücken kannst. Vielleicht hast du sogar einen netten Arbeitgeber, der sagt, ach komm, hier für die Übergangszeit kannst du deinen Hund auch mal mitbringen. Phase Nummer eins. Beginne das Training in den eigenen vier Wänden. Also um das Training in den eigenen vier Wänden zu beginnen, macht es Sinn, dass du dir zum Beispiel ein Welpengitter anschaffst. Das ist so was wie so ein Auslauf, so ein kleiner Auslauf, wo du deinen Welpen reinsetzen kannst. Und so ein Welpengitter hilft dir dabei, dass der Welpe seinen Ort hat, wo er sich aufhält und vor allem kann er da keinen Blödsinn machen. Und er lernt schon mal, dass du zwar anwesend bist auch im Raum, aber dass du nicht zwangsläufig immer in direkter Nähe von deinem Welpen bist. Er hat also diesen Rückzugsort, der gibt ihm Sicherheit, weil er nicht die ganze Zeit durch die Gegend tapst und da kann er dann einfach zur Ruhe kommen. Deswegen so ein Welpengitter würde ich immer von Herzen wirklich empfehlen, weil das sehr, sehr gute Dienste leistet. Dann gibt es auch Leute, die arbeiten gerne mit einer Box zum Beispiel. Auch das ist eine tolle Sache, wenn man die Box positiv vermittelt. Denn wenn du die Box zum Beispiel nur als Bestrafungsort oder sowas, er hat Blödsinn gemacht, rein in die Box, das wäre kontraproduktiv für die Erziehung. Also wenn du eine Box benutzt, dann auf jeden Fall erstmal positiv konditionieren. Dann kann auch eine Box ein ganz, ganz toller Rückzugsort für deine Welpen sein. Kann dir auch bei der Stubenreinheit tolle Dienste leisten. Und wie du eine Box findest, die zu deinem Hund passt und wie du deinen Hund positiv an die Box gewöhnst, dazu machen wir dir nochmal einen detaillierten Beitrag dann demnächst. Phase Nummer zwei. Verlasse für kurze Zeiträume die Wohnung. Also in der Wohnung klappt es schon ganz gut. Und jetzt gehst du auch mal raus und verlässt die Wohnung. Dafür empfehle ich immer, sich so eine Art Überwachungssystem anzuschaffen. Weil du musst ja wissen, wenn du draußen bist, was macht mein Welpe eigentlich da drin. Und dafür eignet sich zum Beispiel eine App. Ich persönlich habe die Hundemonitor-App benutzt. Die kostete damals irgendwie 4,99 € einmalig. Und damit kannst du dich wirklich von draußen entweder per Video in die Wohnung reinschalten, gucken, was macht dein Hund. Und du kriegst aber auch jegliche Geräusche, die dein Hund fabriziert, sei es jaulen, bellen oder winseln, kriegst du auf dein Handy übertragen. Also danach kannst du dann genau gucken, ah ist mein Welpe eigentlich gerade entspannt oder auch nicht. Und was auch besonders gut ist, du kannst halt den Moment abpassen deiner Rückkehr, wenn dein Welpe gerade nicht fiep jault oder bellt. Denn das hatten wir eben schon angesprochen. Das wäre ganz blöd, wenn du genau dann wiederkommst, wenn er gerade Krach macht, weil er dann lernt, okay, ich mache Krach. Dann kommt die nämlich schneller wieder oder der. Dann ist es noch wichtig, dass du deinen Welpen immer auslastest, bevor du dieses Alleinseintraining machst. Denn ein müder Welpe ist dazu geneigt, sowieso die meiste Zeit dann entspannt zu schlafen. Und dann nutzt die Zeit also für dein Training, wenn dein Welpe eh seine Ruhephasen hat, weil er müde ist, kannst du das ganz, ganz toll dann fürs Training nutzen. Wähle zu Beginn wirklich kurze Zeiträume. Und da ist es wichtig, also wenn du das Haus verlässt, dass du das auch so richtig stilecht machst, also als würdest du wirklich zur Arbeit fahren. Das heißt, du ziehst deine Jacke an, deine Schuhe, nimmst deine Handtasche mit, deine Autoschlüssel, damit dein Welpe auch diese Geräusche schon mal mit verknüpft, dass sie nicht unbedingt was Bedrohliches sind, weil du kommst ja wieder. Dann gehst du erstmal raus und wartest halt tatsächlich dann mal eine Minute und gehst wieder rein oder zwei oder drei Minuten. Und da gibt es jetzt auch nicht so das Schema F, man muss immer minutenweise steigern oder man muss immer sekundenweise steigern oder man kann auch in fünf Minuten Schritten steigern, sondern es kommt natürlich auch ein bisschen auf deinen Hund halt einfach an, wie ihm das leicht oder auch schwer fällt mit dem Alleinebleiben. Dafür hast du ja diese Hundemonitor-App. Und wichtig ist es auch, wenn du zurückkehrst, dass du deinen Hund jetzt nicht komplett ignorierst, davon halte ich persönlich nichts, aber du solltest jetzt auch nicht eine Riesenparty starten, weil dein Hund dann natürlich dann, oh mein Gott, wenn die wiederkommt, dann ist immer die Riesenparty, sondern wenn du wiederkommst, ich mach das eigentlich so, als wenn mein Mann nach Hause kommt, sag ich auch, hi Schatz, das reicht im Prinzip. Also du sagst deinem Hund kurz, hallo, ich bin wieder da, kein Grund zur Besorgnis und fertig aus. Dann guckst du, wenn dein Hund zum Beispiel doch anfängt zu fiepen oder zu jaulen, dann schau mal genauer hin. Also ist es so, dass dein Hund, der fiept und jault am Anfang so ein bisschen, also du verlässt jetzt das Haus und du hörst, mii, 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 und dann hört er aber wieder auf und denkt sich, naja, die kommt jetzt nicht wieder, naja gut, dann troll ich mich mal und leh ich mich doch hin und entspanne. Das wäre sehr gut. Oder ist dein Hund so, dass er auch am Anfang zum Beispiel fiept oder jault und dann steigert sich das immer weiter. Das wäre schlecht, weil wenn sich das immer weiter steigert, 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 dann hast du das Problem, dass sich das auch zu einer Trennungsangst ausbauen könnte, weil dein Hund da wirklich Stresszeichen zeigt und sich halt nicht runterfährt, sondern immer weiter hochfährt, je länger du halt weg bist. Wenn du so eine Trennungsangst erstmal hast, ist das richtig, richtig blöd. Darum ist es wichtig, dass du wirklich im Welpenalter darauf achtest, dass du dir auch die Zeit nimmst für so ein Training, denn wenn ein Hund erstmal im Erwachsenenalter so eine Trennungsangst entwickelt hat, also Angst beim Alleinebleiben, dann ist das echt schwer wieder zu trainieren und zu therapieren vor allem. Mit diesem Trick wird dein Welpe sich wünschen, dass du endlich das Haus verlässt. Und diesen Trick kannst du übrigens auch anwenden, wenn dein Hund schon etwas älter ist. Also in den meisten Haushalten läuft es ja so ab, dass wenn man das Haus verlässt, tut man dem Hund noch irgendwie was Gutes. Aber man gibt ihm irgendwie ein Kaulknochen oder irgendwie ein Spielzeug, was er sonst nicht bekommt. Und bei vielen Hunden führt das dazu, dass die dieses, ich nehme jetzt mal als Beispiel diesen Kong zum Beispiel, den finde ich immer ganz gut, dass das dazu führt, dass der Hund schon denkt, jetzt kommt die mit diesem Kong, das heißt die haut gleich ab. Also bei dem Hund entsteht eine negative Grundstimmung. Aber eigentlich soll er ja keine negative Grundstimmung haben. Und das kennen wir nämlich jetzt um mit diesem Trick. Ich nehme für mein Beispiel, was ich euch erkläre, jetzt diesen Kong. Du kannst aber natürlich auch einsetzen, was du da möchtest. Es gibt auch hier solche Futterbälle, die du benutzen kannst. Oder irgendwas anderes, was du zu Hause hast, wo du irgendwie Futter reinfüllen kannst. Ist ja ganz egal. Also du schnappst dir einen Kong oder was auch immer du zum alleine sein Training nutzt. Ist ja egal, tausch das einfach aus gegen meinen Kong. Und dann füllst du diesen Kong mit irgendwelchen Leckereien. Dein Hund sieht das ja auch, kriegt das mit. Und dann kriegt er diesen Kong aber nicht, während du dich verabschiedest, sondern du legst diesen Kong gefüllt auf den Boden. Dein Hund darf da aber nicht dran. Also der wird erstmal eine lange Nase kriegen nach dem Motto, oh Mann, da will ich aber dran. Und du schickst deinen Hund aber rigoros weg. Entweder schickst du ihn körpersprachlich weg oder du blockierst zum Beispiel den Kong mit deinem Fuß, wenn dein Hund da dran will. Also dein Hund soll die Erwartungshaltung aufbauen, ey Mann, wie komme ich bloß an diesen Kong dran. Also deine Anwesenheit im Raum hat für deinen Hund einen Nachteil, weil du das nämlich verhinderst, dass dein Hund an diesem tollen Kong dran kann. Dann kommst du nämlich zum nächsten Schritt. Dein Hund hat also Interesse an diesem Kong und dann verlässt du den Raum. Aber zuvor gibst du diesem Kong deinem Hund frei mit einem OK zum Beispiel. Das ist wichtig. Erstens bei Hunden, die vielleicht durch dieses vorherige Tabuisieren nach dem Motto, du darfst da nicht dran, die so verunsichert sind, dass sie denken, jetzt ist der zwar weg und gar nicht mehr im Raum, aber ich traue mich doch nicht so richtig da dran. Oder wenn du auch Hunde hast, die schon ein bisschen älter sind und die sehr, sehr gut im Gehorsam stehen, da kann es natürlich auch sein, dass die Hunde dann nicht da dran gehen, weil Herrchen oder Frauchen hat gesagt, ich darf da nicht dran, also gehe ich da auch nicht dran. Dafür ist es wichtig, dieses OK zu geben, bevor du den Raum verlässt. Genauso wichtig ist es, wenn dein Hund so ein kleiner Rabauke ist, der sich sagt, tabu hin oder her, sobald du weggehst, gehe ich da trotzdem ran, ist mir doch wurscht. Auch da ist es gut, wenn er vorher das OK gekriegt hat, weil er sich dann nicht über dein Tabu hinweg setzt. Also nochmal kurz jetzt, du lässt den Kong, der liegt da, der Hund durfte nicht dran, du sagst OK und verlässt dann eine Sekunde später den Raum. Dein Hund geht an den Kong und sagt, ich kann mich damit beschäftigen und dann wartest du halt draußen vor der Wohnzimmertür zwei, drei, vier, fünf, sechs Sekunden. Dann gehst du zurück in den Raum und nimmst deinem Hund, diesen Kong, einfach wortlos wieder weg. Dein Hund lernt also, wenn mein Mensch da ist oder wiederkommt, ist auch der Spaß vorbei, das ist ja blöd. Also hoffentlich bleibt er in Zukunft, wenn er mich mal wieder mit diesem Kong alleine lässt, auch lange genug weg. Also wir verändern sozusagen die innere Emotionen des Hundes. Nicht, da kommt der Kong, jetzt verlässt sie mich, sondern da kommt der Kong, wann haut denn die endlich ab. Diese Trainingszeiten, die variierst du so drei bis fünf Mal am Tag, machst du mal so ein kleines Training mit diesem Kong und dann achtest du aber darauf, dass dieser Kong wirklich nur für dieses Training benutzt wird. Also dein Hund bekommt den ansonsten nie, 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 nie. Denn der soll halt was Besonderes für deinen Hund bleiben. Das heißt, außerhalb dieser Trainingszeiten wird da nicht mitgespielt und der kriegt den auch nicht, damit der immer so ein bisschen rallig da drauf bleibt. Dann mit der Zeit, wo du, du verlängerst jetzt ja die Zeiten und dann verlängerst du auch den Knabberspaß. Denn viele sagen ja gut, der ist jetzt da eine Minute mit beschäftigt, dann ist der fertig, das ist ja blöd. Aber da sei einfach kreativ. So ein Kong kannst du zum Beispiel auch füllen mit Nassfutter oder irgendwie mit ein bisschen Naturjoghurt, wo du ein bisschen Leberwurst durchmischt. Du kannst den auch einfrieren, dann ist der Knabberspaß viel, viel länger. Oder du wickelst den irgendwie in ein Handtuch oder du stopfst den in einen Waschlappen. Der Hund muss den erstmal auspacken. Oder, was ich auch immer ganz gut finde, ist, wenn du eine alte Jeans irgendwie rumfliegen hast, dann packst du den Kong einfach in eine alte Jeans rein. Die Hosenbündchen kannst du noch umklemmen, da kannst du auch noch ein paar Futterstücke drin verstecken. Und auch dann hat dein Hund halt einfach eine längere Zeit, in der er sich mit diesem tollen Teil dann beschäftigen kann. Also wenn du nach Hause kommst und dein Hund ist wirklich völlig außer sich, der hechelt wie verrückt, der dreht und windet sich und braucht echt lange, bis er sich wieder runtergefahren hat, dann hast du das Alleinsein übertrieben und dein Hund hatte tatsächlich Stress. Idealerweise, auch wenn die Menschen das immer so ein bisschen als negativ erachten, idealerweise bewegt sich dein Hund nicht mal aus dem Körbchen oder hebt nur müde den Kopf, wenn du nach Hause kommst. Viele denken, der liebt mich nicht, der freut sich gar nicht. Aber das ist eigentlich das Beste, was dir passieren kann, weil das ein super Zeichen dafür ist, dass dein Hund einfach total entspannt war, während du weg warst. Wenn du einen Hund hast, der bereits schlechte Verknüpfungen in Bezug aufs Alleinsein hat, also das heißt, er hat Probleme mit dem Alleinsein, er fiebt vielleicht, er jault vielleicht, er bellt die ganze Zeit das ganze Haus zusammen oder er dekoriert die Wohnung um, dann hol dir auf jeden Fall Hilfe bei einem mobilen Hundetrainer oder Verhaltensberater, der dich da unterstützt. Denn es ist auch wichtig zu wissen, warum macht dein Hund das? Also es kann sein, dass er wirklich unter Trennungsangst leidet, aber es kann auch sein, dass er einfach unter Kontrollverlust leidet, nach dem Motto, mein Mensch ist weg und ich kann gar nicht auf den aufpassen. Und bei beiden Sachen hättest du unterschiedliche Trainingswege. Deswegen ist es wichtig, dass du dir da wirklich jemanden vom Fach mal dazu holst, der sich mal die Situation zwischen dir und deinem Hund dann genauer anguckt. Nun wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Üben und denk dran, das Training wirklich deinem Typ Hund anzupassen. So ein Video kann natürlich super Anregungen geben, aber es kann natürlich keine persönliche Beratung ersetzen. Also im Fall der Fälle, wenn du auf die Stelle trittst, dann denk immer darüber nach, dass du dir vielleicht mal einen Fachmann drüber schauen lässt. Wir verlinken dir halt auch nochmal hier die Kong und irgendwelche Futterbälle und Welpengitter zum Beispiel. Da guckst du mal in die Videobeschreibung unten rein, da verlinken wir dir immer Dinge. Dann kannst du da nochmal ein bisschen stöbern gehen und dann findest du auch unseren Beitrag nochmal in schriftlicher Form wie immer unter www.dorkstv.de. Da kannst du alles nochmal ganz genau nachlesen und besuche uns auch gerne mal auf Facebook oder Instagram. Da sind wir auch vertreten. Ja, und dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Dexter kriegt jetzt seinen wohlverdienten Mittagsschlaf, der hat jetzt Feierabend, ich auch. Und dann freue ich mich. Bis bald. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020